einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen auf meinem kanal und zu einer neuen kurzen folge aus meinem set portal guide und zwar seht ihr es hier schon ich habe mir extra was grünes angezogen die klamotten grün eingefärbt denn es geht heute um ein set portal und zwar um eines der leichtesten im gesamten spiel das ist das set portal zum item set ruf des unsterblichen königs und das ganze gehört natürlich zum barbaren da zeige ich euch heute wie ihr dieses set portal ohne probleme abschließen und sogar meistern könnt verwenden tue ich dazu den wirbelwind bild dazu habe ich euch unter das video einen link zu meinem video guide gesetzt da könnt ihr euch genau anschauen wie das ganze gespielt wird was ihr dafür braucht und wie das ganze funktioniert ich habe euch außerdem einen link zu einem charakterplaner unter das video gesetzt da könnt ihr euch das ganze dann auch noch mal in ruhe angucken da seht ihr genau auch welche skills ich ausgerüstet habe und welches gear so genau dann fangen wir auch gleich mal an als allererstes noch mal ganz wichtig ist natürlich dass ihr das set ruf des unsterblichen königs komplett habt das heißt ihr braucht den 6er bonus um das set portal überhaupt betreten zu können der 6er bonus lautet während zorn des beserkers und ruf der uhr an gleichzeitig aktiv sind wird euer schaden um 1500 prozent erhöht das ist die grundvoraussetzung damit er so überhaupt funktioniert das ist völlig egal ob ihr sechs teile am körper tragt oder ob er nur fünf tragt und prunkring dazu benutzt das spielt keine rolle das ist aber wie gesagt zwingend erforderlich damit ihr das set portal überhaupt betreten könnt genau das ist dann auch schon das erste stichwort ich zeige euch jetzt erstmal wie ihr da überhaupt hin kommt ihr nehmt den portpunkt in akt 3 die ruinen von secheron da bautet ihr euch hin wenn ihr dann da angekommen seid latscht ihr einfach hier diesen weg lang geht über die brücke rüber und sobald ihr in dieser ruine angekommen seid wiegt ihr einmal scharf rechts ab und dann seht ihr schon erscheint dieser portal pylon und es steht ihr seid würdig das set portal vom ruf des unsterblichen königs zu betreten wenn ihr dann das set portal anklickt dann erscheinen dort die ziele und zwar sind die hauptziele zum einen tötet jeden elite gegner mit hilfe des 1500 prozent schadens bonus und zum anderen tötet 150 gegner während zorn des beserkers aktiv ist für dies abschließen des portals müsst ihr folgendes machen schließt ein ziel ab und tötet 118 gegner innerhalb der vorgegebenen zeit und um die meisterschaft zu erlangen schließt beide ziele ab und tötet alle gegner innerhalb der vorgegebenen zeit generell ist es so ihr dürft in diesem set portal nicht sterben dann habt ihr das portal verkackt und müsst noch mal neu anfangen allerdings ist es dabei so dass euer held nicht wirklich stirbt sondern ihr einfach nur das portal noch mal machen ist des weiteren ist es auch generell so bei den set portalen die gewählte schwierigkeitsstufe also bei mir ist es ja jetzt hier momentan qual 13 hat keinerlei einfluss auf die stärke der gegner innerhalb des portals das werdet ihr auch gleich sehen die fallen um wie die fliegen als total lächerlich das sieht aus als wäre das irgendwie normal da ist es völlig egal ob ihr jetzt hier normal qual 1 qual 13 ausgewählt habt das spielt dabei keine rolle genau so dann legen wir auch mal los wir gehen in das portal rein als allererstes wenn wir da drin sind aktivieren wir unsere uhr an zünden danach unseren bersin und den kampfrausch und danach bewegen wir uns nur noch wirbeln durch die gegend und ihr seht schon es stirbt alles instant es ist alles direkt tot die gegner sind überhaupt keine herausforderung worauf ihr jetzt noch achten müsst ist dass ihr euren berserker die ganze zeit aktiv haltet denn dann ist es auch überhaupt kein problem diese ziele zu erfüllen denn dann ist dieser schadensbonus die ganze zeit aktiv und sobald der bär sie wieder verfügbar ist drückt ihr da einfach drauf und dann ist das überhaupt kein stress wirbelt einmal durch dieses portal und dann ist dieses ganze thema innerhalb kürzester zeit erledigt da hat das gerade schon gesehen hauptziel 2 abgeschlossen jetzt hauptziel 1 abgeschlossen und jetzt geht es nur noch darum die restlichen gegner zu töten so 15 sind noch über mal gucken wo sich die verkrochen haben aber da wir jetzt noch drei minuten und 45 sekunden über haben sollte das irgendwie auch kein problem zu finden so das war es auch schon ihr seht das war nun wirklich gar kein stress es ist tatsächlich eins der einfachsten setportale in dem gesamten spiel es hat jetzt eine minute und 20 sekunden gedauert also ich denke das ist für jeden machbar ihr habt selber jetzt gerade gesehen ich habe mich auch nicht krumm gemacht das ist alles relativ easy genau jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen warum soll ich das überhaupt machen warum soll ich überhaupt ein set portal abschließen also das ist zum einen so dass es euch in der saison reise vorbeibringt wenn ihr in der saison spielt da gibt es einmal auf dem in der etappe schlechter den punkt von wegen gesettelt da müsst ihr ein set portal für abschließen und in der nächsten stufe in der stufe champion gibt es den punkt meisterhaft da müsst ihr ein set portal meistern dafür ist das also sinnvoll um in der saison reise voranzukommen und es ist so dass ihr wenn ihr diese ganzen set portale von allen klassen und so weiter abschließt kriegt ihr reichlich kosmetische items das endet dann zum schluss darin wenn ihr tatsächlich alle set portale gemeistert habt dass ihr diese schicken grünen flügel erhaltet genau das war es dann auch schon mit dem kurzen guide solltet ihr noch fragen dazu haben dann schreibt sie bitte einfach unten in die kommentare oder aber kommt in meine in game community dort werdet ihr eure fragen selbstverständlich auch immer los ich sag jetzt erstmal vielen lieben dank fürs zuschauen wünsche euch ganz viel spaß dabei wünsche euch viel erfolg bei den set portalen vielen dank und bis zum nächsten video